Es ist 16.20 Uhr, wir fangen jetzt einmal fast pünktlich an. Mir ist jetzt die schwierige Aufgabe gestellt worden, tatsächlich diese zwei Tage in einem Abschlusspanel zusammenzuführen. Und ich habe hier aber tatkräftige Unterstützung auf dem Podium, bin sehr froh, dass ich das in Anführungsstrichen nur moderieren muss. Sind die ÜbersetzerInnen, die sind alle da. Ich versuche sehr langsam zu sprechen heute, alle freuen sich. Wenn ich es vergesse, ich sehe euch. Herzlich willkommen. Schön, dass ihr und Sie alle noch da sind, auch wenn es jetzt zwei sehr volle Tage waren mit Themen, wie wir auch gerade noch mal gemerkt haben, die auch nicht nur abstrakt sind, sondern die alle von uns berühren, wo wir Verbindungen zu haben, wo wir im Endeffekt, auch wenn wir über Politik sprechen, über die Schwierigkeiten, dahinter ja konkrete Menschen stehen, Verwandte, Bekannte, FreundInnen, Initiativen, die wir unterstützen. Und all das ist natürlich extrem schmerzhaft. Und ich denke, alle, die wir hier im Raum sind und uns auf irgendeine Art und Weise engagieren und versuchen, in dieser schwierigen, sehr komplexen und teilweise fast ausweglos scheinenden Situation etwas zu bewirken, immer wieder daran erinnern, dass wir doch eigentlich für eine gemeinsame Sache und für Menschenrechte, für Würde, für Freiheit und für ein selbstbestimmtes Leben mit Minderheitenrechten und Rechten für alle einstehen. Das wäre noch mal kurz mein Appell, weil es ja auch gerade so ein bisschen emotional wurde und ich verstehe das sehr gut. Ich bin selber seit zwölf Jahren mittlerweile, wache ich mit Syrien ein und schlafe mit Syrien auf. Und ich kenne das Gefühl, wenn man das mit Kinderleichen den Abend beschließt und mit Kinderleichen morgens aufwacht und die unter den Trümmern sieht und Giftgasanschlägen und sieht, wie Menschen das dritte und das vierte oder das fünfte Mal vertrieben werden. Also ich verstehe den Schmerz. Und ich glaube gleichzeitig, und das ist vielleicht jetzt auch ein bisschen die Aufgabe des Panels, den Versuch noch mal zu gucken, wie können wir in diesem Schmerz, der uns vielleicht auch eher zusammenbringen sollte, als uns auseinander zu dividieren, überlegen können, was können wir tun? Was können wir wirklich tun? Wo sind Ansatzpunkte? Damit wir versuchen können, zumindest in kleinen Schritten dieses Projekt auch, was hier mit zehn Jahren beschrieben wurde, hoffentlich in zehn Jahren wieder hier zu sitzen, in hoffentlich vielleicht nicht hier, sondern einem deutlich größeren Raum mit deutlich mehr Menschen und zu sagen, es ist geglückt. Es war nicht nur ein Projekt auf Zeit, sondern es hat wirklich Strahlkraft in der Region selbst, aber auch über die Region hinaus. Genau, ich werde jetzt nicht den Versuch machen, alles zusammenzufassen, was wir heute und gestern diskutiert haben. Das ist viel zu viel und wir haben uns so ein bisschen abgesprochen und haben gesagt, wir versuchen noch mal den Bogen zu ziehen aus unterschiedlichen Perspektiven. Einerseits aus, ganz wichtig, der Perspektive von Ilham Ahmed, wirklich aus Syrien, aus Nordostsyrien, aus Rojava, um zu sagen, was nimmt sie denn mit? Was sind auch mögliche Perspektiven in den nächsten sechs bis zwölf Monaten? Aber auch noch mal durch Christine Hellberg als Syrien-Expertin, auch als Person, die vor Ort war, noch mal zu schauen, was sind ihre Erwartungen im Hinblick auf die Entwicklung im nächsten halben bis zwölf Monate? Aber auch noch mal wirklich sehr konkret mit Anita darüber zu sprechen. Das ist leider auch ein bisschen zu kurz gekommen. Was kann man denn zivilgesellschaftlich, humanitär wirklich konkret bewirken? Was sind die Erwartungen? Wo kann man noch ansetzen? Genau, eins, was ich noch sagen möchte, was so ein bisschen gerade in der Diskussion aufgekommen ist, ist, ich habe es angesprochen, das ist das Zusammenbringen von Kämpfen. Und wir haben, als ich gestern auf dem Panel saß, habe ich diesen Terminus der selektiven Solidarität angesprochen. Und ich weiß, dass wir uns immer wieder daran erinnern müssen, dass es schwerfällt. Aber wir haben beispielsweise als Adopt a Revolution 2018, als die Angriffe von der russischen Luftwaffe und vom syrischen Regime auf Ostruta erfolgten und wirklich in einer beispiellosen Kampagne Menschen tags und nacht bombardiert wurden von der russischen und der syrischen Luftwaffe. Und gleichzeitig in Afrin, die Türkei einmarschiert ist, haben wir eine gemeinsame Demo ausgerufen, und haben gesagt, gemeinsam auf die Straße in Berlin. Und wir sind losgelaufen damals von der russischen Botschaft in Berlin zur türkischen Botschaft. Und ich glaube, was wir lernen, auch aus der Diskussion heute und auch aus diesem, was viele, und ich kann das gut nachvollziehen, als Desinteresse und als Abschreiben der Region empfinden, ist zu sagen, wir müssen die Kämpfe verbinden. Und wir müssen uns miteinander zusammensetzen, so schwer das ist und so viele Gräben da zu überwinden sind. Aber ich glaube, auch gerade hier in Deutschland haben wir noch viel mehr die Möglichkeit dazu, als das vielleicht in Syrien selbst möglich ist, aufgrund der Kriegssituation, aufgrund auch der Fragmentierung. Und das vielleicht nochmal in den Blick zu nehmen und zu sagen, die Gemeinsamkeiten für das, wofür wir uns einsetzen, sind doch stärker als das, was uns trennt. Noch langsamer wird mir signalisiert. Überhaupt langsam. Gut, die Herausforderung. So, ich fange mal an mit Ilham. Wir haben jetzt wirklich viel diskutiert, die Rolle der Türkei angesprochen, auch erkannt, dass es eine jahrzehntelange Verfolgungspolitik gibt, die eigentlich unabhängig von den politischen AkteurInnen fortgesetzt wird. Wir haben auch erkannt, dass es von der Seite der Anti-IS-Koalition auch von Deutschland wenig Bereitschaft bisher gibt, zu unterstützen, überhaupt anzuerkennen. Und jetzt wäre die Frage, wir haben gesehen, was eigentlich, wir haben viel diskutiert, was passieren müsste. Wir haben auch eingeordnet, was wahrscheinlich nicht passieren wird. Und jetzt versuchen wir vielleicht den Bogen zu schlagen dahin, was du denkst, was in den nächsten sechs bis zwölf Monaten politisch passieren wird. Also, es gibt ja verschiedene Szenarien. Beispielsweise hat das syrische Regime schon vor etlicher Zeit gesagt, wir können euch vor der Türkei schützen. Das Angebot ist dann aber, ihr integriert komplett eure Kampftruppen in die syrische Regimearmee, gebt de facto eure Autonomie auf und ordnet euch unter. Das sind Szenarien, die wir noch gar nicht gesprochen haben, aber die tatsächlich eine große Bedrohung sind, sowohl für die zivilgesellschaftliche Arbeit vor Ort, als auch für die vielen Kämpferinnen und Kämpfer, die einen sehr hohen Preis bezahlt haben, aber natürlich auch für das Projekt Rojava und Nordostsyrien als solches. Und mich würde so ein bisschen interessieren, was deine Einschätzung ist für die nächsten sechs bis zwölf Monate, angesichts dieser ganzen Entwicklung, die wir jetzt besprochen haben in den letzten zwei Tagen. Danke. Ich bedanke mich sehr, Christine. Die sechs Monate, also bis ein Jahr, was wir einschätzen können, für die Türkei sind es auch sehr wichtig, für die Völker in Syrien, aber für uns auch sehr, sehr wichtig, die paar Monate, die in der Türkei die Wahlen starten, die Drohungen gegen Rojava, gegen Nordostsyrien, ist es so aufgenommen, dass es dazu gedacht ist, dass die AKP in der Türkei die Wahlen gewinnt. Wir selber sehen das nicht so. Wir denken, dass es in der Türkei eine grundlegende politische Entscheidung gibt. Die wollen ihre Grenzen erweitern und deswegen sich schützend auf diese Entscheidung drohen sie uns. Und natürlich auch die Wahlen spielen da eine Rolle. Wenn die Türkei, in der Türkei die AKP die Wahlen gewinnt, dann so sehen wir es, dass in der Türkei eine interne Krise sich entwickeln wird. Und diese Krise wird auf uns einwirken natürlich. Wir als Völker in Syrien, Menschen, die Nachbarn der Türkei sind, die interne Politik in der Türkei wirkt sich auf uns ein. Wenn dort ein Frieden geschaffen werden kann, das wirkt auf uns auf, aber wenn dort ein Krieg geführt wird, und das wirkt auf uns auch ein. Deswegen, wir sehen die Sache so, dass wir versuchen sollen, eine politische Lösung innerhalb der Türkei gefunden werden. Der Prozess in Genf sollte erneuert werden, aber nicht wie er jetzt gerade läuft, weil Assad-Regime selbst denkt, dass sie siegreich war. Wir hören seit zwei Tagen, dass seit zwei Monaten die Mitglieder der syrischen Opposition bekommen, bekommen ihre Bezahlungen nicht mehr. Das zeigt, dass die Opposition Verlierer sind. Und Assad-Regime hat gesiegt, so denken sie zumindest. Und deswegen, Assad-Regime sucht keine Lösung. Wir als eine Seite, als Selbstverwaltung, wir denken, wenn eine Art Dialog zwischen fortschrittlichen Gruppen in Syrien, in Gesamtsyrien, ein Dialog entwickeln können, das könnte eine Kraft schaffen, die eine Lösung erzwingen kann. Und auch, das wäre sehr wichtig, internationaler Ebene, wenn wir in Bezug auf die Europäische Union und die Staaten, die Mitglieder der Koalition gegen IS sind, damit sie sagen können, Regime erzählen können, du bist nicht siegreich. Man muss einen Druck auf Regime aufbauen können. Das muss die Methode sein, die man wählt. Was die Türkei betrifft, wir wollen immer Dialog mit der Türkei, aber was die Türkei will, ist Krieg, uns bekriegen. Innerhalb der Türkei, wenn der Prozess der politischen Lösung sich entwickelt, konnte zu Frieden führen und das würde dann auch zu Frieden an unserer Grenze führen. Als die Verhandlungen geführt wurden zwischen der PKK und der Türkei, das hat positiv auf uns eingewirkt. Die Türkei würde verstehen, dass wir wirtschaftlich sehr viele gemeinsame Interessen haben, wenn sich in der Türkei eine politische Lösung für die Kurdenfrage entwickelt. Das würde unsere gemeinsamen wirtschaftlichen Interessen sichtbarer machen. Das ist sowohl für die beiden Seiten wichtig als auch für die gesamtsyrische Lösung. Und für Nord-Syrien wäre das auch eine der Methoden, die man für Friedensschaffen benutzen konnte. Wir sind niemals gegen die Sicherheit, wir sind keine Sicherheitsrisiko gegen die Türkei. Wir wollen, dass innerhalb von Syrien auch eine dauerhafte Frieden gibt. Das ist, wie wir die Sache betrachten. Außerhalb gibt es praktische Projekte, die geführt werden. Yes, I was wondering, because what do you think, what kind of... Oh, jetzt spreche ich Englisch, weil ich auf Englisch zuhöre. Aber was denkst du denn, woher dieser Druck kommen könnte? Denn wir haben ja jetzt alle die Einschätzung und auch die Entwicklung der letzten Monate und Jahre. Der Friedensprozess wurde abgebrochen. Welche Rolle könnte zum Beispiel Russland dabei spielen? Wir haben ja jetzt auch gesehen, die Russen haben beispielsweise nicht das grüne Licht gegeben für die Invasion, die die Türkei ja eigentlich schon seit Mai, Juni angekündigt hat. Also könnte Russland beispielsweise ein Akteur sein, der da Druck ausübt? Was erwartest du? Welcher Akteur könnte die Türkei dahin bringen, dass das so passiert, was du gerade beschreibst? Was Russland betrifft, es gibt einander widersprechende Interessen der Koalition gegen Deutsch und Russland. Russland will, dass die Koalitionskräfte US-Syrien verlassen. Und sie baut einen Druck, um diesen Ziel zu erreichen. Es gibt eine Art Russland, wenn sie sich zurückziehen, würde das bedeuten, dass Russland und das Regime ganz gesiegt haben. Wir denken nicht, dass dies eine Lösung schaffen wird, wenn sich Koalitionskräfte zurückziehen würden. Ihre Anwesenheit schafft, dass der Druck von Russland und dem Regime ausgeglichen werden. Zwischen Russland und dem Regime gibt es auch widersprüchliche Haltungen mit der Türkei. Russland baut auf der Türkei Druck. In Syrien baut auch Druck auf die Türkei auf. Und wenn Russland Druck auf US-Kräfte bauen will, dann entwickelt sie ihre Beziehungen mit der Türkei. Und das versucht Russland sehr aktiv durchzusetzen. Das wirkt auf uns auf. Russland versucht, damit Regime siegt, baut auf uns unterschiedliche Weisen Druck auf. Unsere Beziehung mit Russland bezieht sich darauf, wie wir uns schützen können, dass die autonome Selbstverwaltung weiter bestehen kann. Aber wir versuchen halt, zusammen Angriffe der Türkei, wenn möglich, uns zu stellen. Aber wir glauben nicht, dass Russland auf die Türkei Druck aufbaut, damit sie uns weniger droht. Vielleicht eine weitere Invasion, die auch nicht im Interesse von Russland ist, vielleicht konnte das hindern, aber würde nicht hindern, dass Russland zulässt, einen sehr breit angelegten Drohnenkrieg gegen uns füllt. Die Türkei benutzt bis zu über 50 Kilometer die Drohnen innerhalb von Nordösten Syrien. Russland ist bestimmt auch informiert darüber. Das ist eine sehr, sehr schwierige Frage. Damit Russland auf Regime Druck ausübt, damit die Türkei keine Invasion startet. Das konnte vielleicht zu etwas führen, aber wir wissen nicht, ob das wirklich eine Lösung ist. Also wir haben keine richtige... Wir glauben an die russische Projekte. Vielleicht kannst du daran anschließen. Ich habe mich heute Morgen mit Matthias, als wir hergefahren sind, unterhalten und da habe ich mich gefragt, naja, ist eigentlich in den westlichen Außenministerien so dieses Bewusstsein da, wenn man uns jetzt anguckt, es gibt das allererste Mal diese Annäherung zwischen der Türkei und Syrien. Also vielleicht noch mal ganz kurz für alle. Es gab jetzt vor zwei, drei Wochen eine wirkliche Aufforderung aus dem türkischen Außenministerium, wo den syrischen Oppositionellen und auch den Geflüchteten gesagt wurde, also jetzt versöhnt euch mal, forget about it, 500.000 Menschen plus Tod, halb Syrien zerstört, mehr als 50 Prozent der Bevölkerung auf der Flucht. Aber jetzt ist die Zeit der Versöhnung. Das ist wirklich ein Politik, ein Paradigmenwechsel. Wenn diese Annäherung so stattfindet und diese Pläne des syrischen Regimes, nämlich die aufgezwungene Integration beispielsweise der Truppen von der JPEG, von der SDF in die vierte oder fünfte Brigade erfolgen würde, das wäre ja eine massive Stärkung von Assad und seinen Truppen. Das widerspricht ja eigentlich den langfristigen politischen Zielen, die wir auch in Deutschland und im Westen oder die der Westen und Deutschland verfolgen, die ja da heißt, keine Normalisierung mit dem Assad-Regime, kein Wiederaufbau und nach wie vor der Versuch, Assad sozusagen und dieses Regime zu isolieren, wenn man schon auf anderen Ebenen nicht viel tun kann. Was ist denn deine Einschätzung in dieser ganzen Gemengelage, auch mit dem Ukraine-Konflikt jetzt? Wir haben gerade gesehen, Russland hat massiv verloren in den letzten Tagen. Also die Ukraine hat jetzt, ich glaube, die Zahl war innerhalb von fünf Tagen so viel Territorium zurückerobert, wie Russland seit April eingenommen hatte. Was sind denn deine Einschätzungen, was das alles für die Region Nordost-Syrien bedeutet in den nächsten sechs bis zwölf Monaten? Der Ukraine-Krieg wird eine Lösung für den Syrien-Konflikt insgesamt noch erschweren. Also wir können in den nächsten fünf bis zehn Jahren, sage ich jetzt mal, nicht mit einer politischen Lösung dieser Krise rechnen, denn Russland ist sehr viel erfolgreicher darin, das Assad-Regime zu normalisieren in der Region. Es gibt erste Länder, die ihre Botschaften wiedereröffnen. Es gibt Beziehungen, es gibt wirtschaftliche Zusammenarbeit, es gibt Pipelines, die wieder durch Syrien führen, um den Libanon zum Beispiel mit Strom vorzuversorgen aus Ägypten. Das heißt, Russland schafft es ziemlich effektiv, zumindest die Region davon zu überzeugen, sich Assad anzunähern, weil Assad auch nirgendwo hingehen wird in den nächsten Jahren. Das ist jetzt auch gelungen gegenüber der Türkei. Das war das Ergebnis des Treffens in Teheran, wo sich der Iran und Russland und die Türkei jetzt getroffen haben vor kurzem. Alle haben erwartet, dass es ein grünes Licht gibt oder auch nicht für die türkische Intervention in Nordsyrien. Und was wir danach gehört haben, war Herr Erdogan, beziehungsweise sein Außenminister und verschiedene andere Politiker, die sagen, ach, wir müssen eigentlich mal wieder die Gesprächskanäle nach Damaskus öffnen und jetzt ist die Zeit für Versöhnung. Und alle Oppositionellen in der Türkei waren schockiert. Etilaf, kurdischer Nationalrat, das ist jetzt der große Verrat aus deren Sicht. Noch klammert man sich an die Hoffnung, dass Erdogan da doch nicht ernst machen wird, aber der türkische Präsident ist bekannt für 180-Grad-Wendungen. Er macht gerne mal genau das Gegenteil von dem, was er jahrelang gesagt hat. Das ist manchmal schlimm, manchmal ist es gut. Da komme ich gleich noch drauf zurück. Aber das bedeutet jetzt, dass sich diese syrischen Oppositionellen in der Türkei verraten fühlen. Und darin sehe ich eine Chance für Nordostsyrien, weil die autonome Verwaltung diese Gelegenheit nutzen könnte, jetzt gesamtsyrisch diesen Menschen zu sagen, wir wollen in Syrien was Besseres aufbauen, was besser ist, was Assad. Das hat man schon geschafft in gewisser Weise, aber es ist noch zu sehr ein kurdisches Projekt, um für Gesamtsyrien zu funktionieren. Und das ist die Chance, auch zum Beispiel den kurdischen Nationalrat, dessen Interessen ja im Nordostsyrien liegen und nicht in der Türkei eigentlich. Die haben sich dem Etilaf angeschlossen aus bestimmten Gründen. Aber jetzt ist der Moment zu sagen, lasst uns hier zusammen was Besseres aufbauen. Das ist unsere Idee. Wenn ihr mitmachen wollt, ahlan was ahlan, sartjaba. Und dann aber echte Zusammenarbeit. Und dafür muss natürlich die PYD, das habe ich gestern angedeutet, auch bereit sein, andere zu integrieren, Wahlen abzuhalten, Wahlergebnisse zu akzeptieren und Macht abzugeben. Und das ist auch eine ideologische Umstellung. Das wäre meiner Meinung nach jetzt eine Chance, die man nutzen könnte, damit das Projekt attraktiv wird und die Strahlkraft entwickelt, für Gesamtsyrien nach innen zu wirken. Und Ilham hat das gestern auch gesagt, wir müssen Gräben überwinden, wir müssen zusammenarbeiten. Ich glaube, diese Wende von Herrn Erdogan ist eine Chance in diese Richtung. Das erste Mal. Anita, wir haben, das ist ja so ein bisschen zu kurz gekommen, aber wir haben das auch immer wieder angeklungen, wie schwer es doch ist. Michael hat das auch ein paar Mal eindrücklich beschrieben, in der Region wirklich Hilfe zu leisten, zu unterstützen. Die PartnerInnen und Partner, die zugeschaltet waren, haben das ja sehr eindrücklich beschrieben. Auch wir von Adopt stehen immer wieder vor der Herausforderung, dass de facto ja das Gebiet einem Embargo unterliegt. Man eigentlich kaum, also das Reisen ist sehr schwer. Der letzte Grenzübergang wurde vor zwei, drei Jahren mittlerweile geschlossen. Auch in Nordwest-Syrien, in Idlib steht im Dezember wieder das erneute Abstimmen über die Verlängerung des Grenzübergangs da. Also Babel Salaam, das ist der letzte Grenzübergang, über den wirklich bedeutend, Babel Hauer, über den wirklich bedeutend Hilfe reingebracht werden kann. Die Russen haben das jetzt nur um sechs Monate verlängert, im Juni. Also es ist ja sehr, sehr schwer, überhaupt humanitäre Arbeit zu leisten und auch zivilgesellschaftliche Initiativen zu unterstützen. Was ist denn so deine Prognose in dieser ganzen Gemengelage, die wir jetzt beschrieben haben, auf dieser konkreten Ebene? Ich würde vielleicht gar keine Prognose wagen, sondern die Gelegenheit nutzen, um zwei, drei kleine Vorschläge zu machen oder zu sagen, das könnten Momente sein, die nicht die große Politik sind, die aber in den nächsten drei, sechs bis zwölf Monaten Dinge sein könnten, die sozusagen in Richtung Bundesregierung oder internationale Mechanismen Ansatzpunkte sein könnten, um viele Fragen, die wir gestern und heute auch besprochen haben, weiterzubringen. Und ich möchte das aus unserer, aus der Perspektive unserer Partnerinnen vor Ort erzählen. Das ist zunächst der kurdische Rote Halbmond, eine der, die zentrale Nothilfeorganisationen der Region, entstanden vor zehn Jahren aus einer Handvoll Ärztinnen und Ärzte, Studierende, Medizinstudierende, heute eine Organisation mit zwei bis drei, zweieinhalbtausend Mitarbeiterinnen, die eigentlich nicht mehr wegzudenken sind in der Region, also die in allen Krisen- und Kriegssituationen Notversorgung der Bevölkerung leisten, medizinische Notversorgung machen, die in die Flüchtlingslager gehen und die da bleiben, wenn es kritisch wird, die 2019, als der letzte große Militäreinmarsch der Türkei war, nicht gegangen sind, so wie alle anderen internationalen Hilfsorganisationen, die nämlich das Land verlassen haben, weil auf einmal die Direktive aus den Auslands, aus den Büros kam zu Hause, dass sie die Region verlassen sollen, weil es zu gefährlich für die Mitarbeiter wird, verständlich, aber wer geblieben ist, ist der kurdische Rote Halbmond. Was ich damit sagen will, ist, dass ich glaube, es ist absolut zentral, lokale Akteure zu unterstützen, die genau das, was wir jetzt im Großen diskutieren, total im Handgemenge umsetzen. Der kurdische Halbmond ist eine Organisation, da arbeiten, das ist keine kurdische Organisation, Sie entschuldigen sich auch immer für den Namen so ein bisschen, aber da arbeiten die Frauen mit dem Kopftuch, genauso wie der Jeside, deren Familie eine krasse Verfolgungsgeschichte hat. Also es ist, die sozusagen das repräsentieren, ganz praktisch, über was wir immer so ein bisschen groß auch geredet haben. Und als Medico haben wir in den letzten Jahren immer wieder versucht, mit dem Vorsitzenden, oder dem Vorsitzenden Shervan Berry, der leider nicht kommen konnte zur Konferenz, zum Auswärtigen Amt zu gehen, ihn dort vorzustellen, ihn der internationalen Rotkreuz-Bewegung vorzustellen. Das Problem ist, dass es den syrisch-arabischen Halbmond gibt, der ist anerkannt, und es darf nur eine Halbmond-Bewegung pro Land geben. Und ich glaube, da geht es mir jetzt gar nicht darum, dass das Auswärtige Amt oder das BMZ die Organisation mit Geld überschüttet, weil auch das wissen wir, das geht in den meisten Fällen nicht gut, sondern es geht um eine Anerkennung der Arbeit der lokalen Helferinnen vor Ort. Das wäre so ein Schritt, wo ich sagen würde, das sind so ganz pragmatische Punkte, da gehört politischer Wille zu, die Leute im Auswärtigen Amt zu empfangen, sich anzuhören, was ihre Arbeit sind, was die Probleme sind, ihnen vielleicht auch ein bisschen Geld zu geben, sie nicht zu überschütten. Und die Frage, du hast es eben angeschnitten, der Zugänge in die Region, sich für die Öffnung des Grenzzugangs Al-Jarubir, der Anfang 2020 geschlossen wurde, einzusetzen. Genau dasselbe Problem haben wir in Idlib, aber es war während der Corona-Pandemie ein Riesenproblem, dass die ganzen Hilfsgüter sowieso, aber auch die Impfungen, die Testmöglichkeiten, die Beatmungsgeräte, alle über Damaskus verteilt wurden, viel zu spät angekommen sind, die Tests mit zwei Wochen Verspätung Ergebnis angekommen sind. Also da ist so viel schief gelaufen, nur in der Corona-Pandemie, was durch einen direkten Zugang der UN in die Region hätte verhindert werden können. Auch das wird jetzt nicht einfach so umgesetzt werden, aber ich wollte das auch mal als zwei sehr konkrete Beispiele nennen, aus der Perspektive auch einer humanitären Hilfsorganisation, die wir ja auch sind. Wir organisieren nicht nur so politische Kongresse, sondern sind eben auch mitten im Handgemenge mit unseren Partnern vor Ort. Ich glaube, das wären so ganz praktische Schritte, wo auch die Bundesregierung sich jetzt politisch nicht so weit vorwagen muss, aber Zeichen setzen könnte, die die Region nochmal anders anerkennen. Darf ich dazu was sagen? Weil wie kommuniziere ich das jetzt in Berlin? Das ist ein sehr gutes Beispiel. Ich habe es schon erwähnt, dass die Bundesregierung eine Milliarde Euro pro Jahr in den UN-Topf schüttet. Die UN-Unterorganisationen in Damaskus verteilen dieses Geld. Das heißt, ein Teil geht zum Beispiel an die WHO, die Weltgesundheitsorganisation. Diese Organisationen sind dafür zuständig, nach den internationalen humanitären Kriterien, die bedürftigsten Menschen überall in Syrien zu versorgen, mit unseren Steuergeldern. Das gelingt nicht. Wir wissen, dass es nicht die Bedürftigsten erreicht, sondern die Menschen, die loyal sind zu diesem Regime, weil das Regime entscheidet, mit welchen Organisationen vor Ort diese UN-Unterorganisationen dann arbeiten. Darunter sind Organisationen, die auf der Sanktionsliste der Europäer und Amerikaner stehen. Das heißt, die zu 80 Prozent vom Westen finanzierte Hilfe wird über Organisationen, regimenae Organisationen verteilt, die dann eben vor allem der Stabilisierung des Regimes dienen und nicht die Menschen erreichen. Wenn die WHO es nicht schafft, während einer Pandemie die Menschen in Nordostsyrien mit Impfstoffen und PCR-Tests zu versorgen, was sie nicht geschafft hat, dann muss die Bundesregierung sagen, wir nehmen mal das Geld, was die WHO da von uns bekommt und geben es mal dem kurdischen Roten Halbmond, damit der im Anteil dessen, was Nordostsyrien zusteht mit drei bis fünf Millionen Einwohnern, dort die Menschen versorgt. Das wäre mal eine konsequente Politik im humanitären Sinne. Wir reden noch nicht über Politik. Wir reden von einer NGO in Nordostsyrien, die inzwischen auch Geld kriegt von der Bundesregierung. Das heißt, es ist ein anerkannter Akteur. Der kurdische Rote Halbmond bekommt seit Jahren europäische Gelder, auch ganz zentral aus Brüssel. Da muss man nur mal rechnen und überlegen, wen will ich erreichen und was passiert mit unserer Hilfe, die in großem Ausmaße kontraproduktiv wirkt in Syrien. Das wollte ich nur anschließen, weil das ein gutes Beispiel ist mit der WHO und dem kurdischen Roten Halbmond. Das ist ja ein schöner Übergang, weil wir uns auch noch mal zusammengesetzt haben und gesagt haben, wir wollen nicht mutlos rausgehen aus diesen zwei Tagen. Also wir haben viel diskutiert darüber, was wir nicht beeinflussen können. Und das kann auch einen so ein Stück weit zurücklassen mit einem Gefühl von Hoffnungslosigkeit oder zumindest ein bisschen defetistisch und das Gefühl von, man kämpft diesen Krieg von David gegen Goliath. Und Ilham, da noch mal meine Frage an dich. Was sind so deine Wünsche, wer mit so viel diskutiert und analysiert in den letzten zwei Tagen? Und das war für euch bestimmt auch sehr ermüdend. Und ich möchte euch auch noch mal danken, glaube ich, im Namen von allen, dass ihr uns mit hauptsächlich deutschen Sprachbeiträgen hier ertragen habt. Aber wenn du jetzt so sagen könntest, das sind so meine Top 3 Wünsche nach dieser Konferenz, verfolgt das bitte weiter. Da brauchen wir eure Unterstützung. Was wären diese Punkte? Das ist jetzt sehr spontan, aber du hast bestimmt Sachen im Kopf. Ich bin sehr froh, dass wir uns mit den Mejorabijen haben. Ich bin sehr froh, dass wir uns mit den Mejorabijen haben. Ich bin sehr froh, dass wir uns mit den Mejorabijen haben. In drei unterschiedlichen Bereichen kann ich das beantworten. Politisch, dass wir de facto, dass de facto die Selbstverwaltung anerkannt wird, dass die unterschiedlichen Delegationen, humanitär und politisch, uns besuchen, sich auch, was die Menschen in Nordostsyrien wünschen, zuzuhören und dann diese Stimme in Europa hören lassen, so dass die Geschehnisse in Nordostsyrien nicht hinter den Geschehnissen in Ukraine, also Kriege zwischen Ukraine und Russland verschwindet wird. In Syrien sollte außerdem, dass es Dialog zwischen den unterschiedlichen kurdischen Gruppen gibt, man hat das angesprochen, Das hat einen kurdischen Hintergrund, ist nicht nur begrenzt auf Rojava und Nordostsyrien, das ist eine Frage von Kurdistan, was eigentlich den Dialog hindert für beide Seiten. Deswegen von uns ist es gewünscht, dass zwischen uns Kurden mit der Gesamtbeteiligung eine Lösung gefunden wird und die Wahlen stattfinden. Das würde die Situation vor Ort verbessern, wenn das unterstützt wird, dass wir diesen Wunsch praktisch einführen können. Aber die Drohungen aus der Türkei verhindern unsere Projekte. Lasst uns nicht, dass die Kurden und Araber sich einigen, alle sich beteiligen, Lösungen finden. Die Drohungen aus der Türkei sind entscheidend zum Teil. Wenn wir Druck auf die Türkei üben konnten, dass die Drohungen aufhören, so dass die Türkei keine Drohungen für neue Invasionen auf Nordostsyrien ausspricht. Diesbezüglich die Europäische Union und die Regierungen der Mitgliedstaaten konnten ihre Haltung ganz offen darstellen. Und Nordostsyrien ist eine Hoffnung für Gründung einer demokratischen und freien Syrien, damit die Kurden und auch andere Oppositionelle zusammen einen neuen Syrien aufbauen können. Und die Europäische Union könnte einen Druck diesbezüglich aufbauen. Was die unterschiedliche, was die Wirtschaft betrifft, zum Beispiel, dass die Ausnahmen für Cäsar-Sanktionen, die Firmen können zum Beispiel in Nordostsyrien aktiv werden, damit eine wirtschaftliche Zusammenarbeit sich entwickeln kann in Nordostsyrien. Und diesbezüglich ist vieles benötigt. Das würde Hoffnung für Nordostsyrien, aber Gesamtssyrien aufbauen. Wir haben Dialog für gesamtssyrische Kräfte, auch Kapitalisten, Leute, die das Kapital besitzen, wollen auch die Menschen, die jetzt in Europa leben, die kennen wir. Wenn die Regierungen denen Weg weisen würden und natürlich zulassen würden, dass sie auch investieren, das syrische Kapital konnte auf Nordostsyrischem Territorium aktiv werden. Das sind, also diesbezüglich konnte Sachen, Arbeiten geleistet werden. Dass offizielle Beziehungen mit den Vertretungen der Nordostsyrischen Selbstverwaltung stattfinden, das ist auch wichtig. Was IS betrifft, wir benötigen eine noch stärkere Zusammenarbeit. Was zum Beispiel, was die Neuaufbau des Gebietes gibt, die Projekte diesbezüglich in Nordostsyrien, sowohl in den Lagern, aber als auch im Gesamterritorium der Region. Wir haben zum Teil verstanden, dass Deutschland bereit ist, zusammenzuarbeiten, was die IS-Mitglieder, die im Lager sind und deren Familienmitglieder, da zusammenzuarbeiten. Wir sind auch offen für eine Zusammenarbeit, die Familien und Kinder, dass sie zu ihren Heimatländern zurückgebracht werden. Wir brauchen mehr Druck, damit das wirklich läuft und natürlich Projekte für Neuaufbau, das benötigen wir auch. Wir können alle nicht vor Gericht stellen, aber trotzdem, die IS ist eine sehr, sehr große Gefahr für die Gesamtregion und für die internationale Sicherheit auch Deutschland und die Regierung von Deutschland sollte verstehen, dass wir in dieser Ebene zusammenarbeiten müssen. Wir brauchen Deutschland und Deutschland braucht uns, sodass wir diesbezüglich die Fragen lösen können und dass Deutschland auch die Türen für uns aufschließt. Bis jetzt war Deutschland sehr geschlossen. Die politische Haltung war sehr, sehr zurückhaltend. Wir wollen, dass wir uns treffen, sowohl offene als auch nicht bekanntgegebene Treffen könnten stattfinden. Diese Konferenz könnte vielleicht auch die IS in den Vordergrund bringen und das wäre eine gute Arbeit. Tut mir leid, dass ich jetzt hier kurz die Überleitung machen muss, aber wir sind alle wahrscheinlich recht erschöpft und ich möchte gerne noch mal ganz kurz Christine und Anita den Raum geben, noch hinzuzufügen. Da ist ja jetzt schon relativ viel gefallen. Ein Aspekt, der mir gerade auch als Ilham gesprochen hat, über die Wiederaufbau in den Kopf gekommen ist, ist die Frage von Housing, Lending und Property Rights, weil das eigentlich ein großes Thema ist, was ganz viele Syrerinnen und Syrer, ob im Nordosten, die aus Afrin, die aus anderen Städten vertrieben wurden, aber auch eben Menschen, die aus Ostruta vertrieben wurden, die aus Homs weg mussten. Also das ist ein Riesenthema, wo Menschen nicht entschädigt wurden, alles zurücklassen mussten, sehr, sehr wenig Wissen eigentlich da ist, wie man überhaupt seine Rechte anmeldet. Es gibt da jetzt auf UN-Ebene wohl einen Prozess, der ist aber sehr unbekannt, der ist sehr kompliziert. Es gibt dazu auch Projekte von der GIZ-Ebene, aber da habe ich mich gefragt, das sind ja zum Beispiel so Fragen, die Menschen sowohl in Nordost-Syrien als auch im Resten Syriens massiv und gerade die, die im Norden leben, die mehrfach vertrieben wurden, berührt. Christine, ich weiß nicht, oder Anita, ob ihr da vielleicht auch noch mal ganz kurz drauf eingehen könnt, ob das nicht auch Anknüpfungspunkte sein könnten, was man so an gemeinsamen Ansätzen schaffen könnte, neben beispielsweise auch der Rolle des IS, unter dem ja auch ein großer Teil der syrischen Bevölkerung auch außerhalb Nordost-Syriens gelitten hat und leidet. Also das Thema Housing, Land and Property Rights muss bei jeder Lösung, bei jeder Verhandlung, bei jedem Treffen mitgedacht werden. Denn wir haben in Syrien eine Situation, wo mehr als die Hälfte der Bevölkerung nicht mehr in ihren ursprünglichen Wohnungen lebt, egal ob sie intern vertrieben sind oder das Land verlassen haben. Das ist ein Riesenthema. Stellen Sie sich vor, die Hälfte der Deutschen kann nicht mehr in ihre Wohnung. Aus verschiedenen Gründen. Assad verhindert das, weil er enteignet. Andere, und das ist dann natürlich das Problem. Du sagst zu Recht, Christine, wir müssen das zusammendenken. Es betrifft so viele Menschen, aber Vertriebene aus Ostruta sind in Afrin in Häuser gezogen, wo Kurden gelebt haben. Das heißt, das Thema zusammenzudenken schafft auch erstmal neue Konflikte natürlich und Wunden. Und da muss man natürlich wahrscheinlich nochmal woanders anfangen und erstmal an gegenseitigem Verständnis arbeiten oder an der Fähigkeit, sich in die Lage des anderen hineinzuversetzen. Das ist etwas, was in Kriegszeiten total zu kurz kommt und was auch ganz vielen Syrerinnen und Syrern, auch wenn sie in Deutschland sind, richtig schwerfällt, sich wirklich zu überlegen, ich bin Kurdin, ich bin Kurde, ich leide unter der Türkei, aber wie fühlt sich der Mensch in Nord-Itlib, der täglich bombardiert wird oder wurde in der Vergangenheit und der dort sitzt, den ich nur als Islamist wahrnehme. Und was sagt dann wiederum die Vertriebene, die zum fünften Mal vertrieben ist, die Frau in Idlib und sagt, ja, die Kurden wollen sowieso unser Land wegnehmen, das ist das, was sie gehört hat über Jahrzehnte. Das heißt, diese Menschen, diese Wahrnehmungen erstmal zusammenzubringen, bedeutet, dass man über Identität redet, darüber, was habe ich erlitten, das anerkennt das Leid des anderen und das ist wahrscheinlich die Voraussetzung dafür, um dann so große Themen von Unrecht und Aufarbeitung von Unrecht und Lösungen von Eigentumsverhältnissen zu lösen. Ich wollte nochmal auf das eingehen, was Elham gesagt hat, die hat ganz viele Sachen gesagt, die ich aufgreifen wollte, das war es, danke dafür. Und zwar, wenn sie fordert natürlich, dass wir deutsche Delegationen wollen in Kamischli und europäische Unternehmen, die dort investieren, dann hat das alles mit diesem großen Thema Sicherheit zu tun. Auch ein europäisches Unternehmen braucht Sicherheit, wenn es investieren möchte, die Menschen vor Ort brauchen Sicherheit, die Türken sprechen von Sicherheit, tut mir leid, auch das ist halt das große Thema der Türkei. Erdogan behauptet, es gehe ihm um Sicherheit und da sehe ich dann doch eine mögliche Rolle der Europäer. Erdogan spricht davon, er möchte eine 30 Kilometer lange Zone ja inzwischen auch im Irak schaffen, er möchte, er denkt ja die ganze Südgrenze der Türkei, also vom Mittelmeer im Grunde bis nach Mosu. Das heißt, wenn Herr Erdogan sagt, er braucht Sicherheit an seiner Südgrenze, kann er ja seine NATO-Partner bitten, ihm dabei zu helfen. Warum engagieren sich europäische Länder nicht, eine internationale Sicherheitszone, international kontrollierte Sicherheitszone, dort umzusetzen? Das war mal eine Idee, die dann schnell obsolet wurde, weil sie zu spät kam. Aber das ist etwas, das klingt jetzt utopisch, aber das wäre eine Rolle Europas zu sagen, okay, wir trennen diese jetzigen Kontrahenten Türkei und PID. Die PID, die Jepige, haben damals angeboten, sich zurückzuziehen von der Grenze, es hat nur keiner aufgegriffen, um das abzusichern mit jemand anderem. Und schaffen dort ein Gebiet, das nicht von der Türkei allein kontrolliert wird und nicht von den islamistischen Stellvertretern der syrischen Nationalen Armee. Das wäre zum Beispiel mal echt eine Vision, eine Rolle, die Europa übernehmen könnte, vor allem vor dem Hintergrund, dass 900 amerikanische Soldaten ja dort sind und auch noch ein paar Franzosen dort stehen, glaube ich, sogar militärisch betrachtet. Das heißt, das wäre jetzt mal zum Thema Sicherheit noch mal etwas konstruktiv gedacht. Und wenn die autonome Verwaltung möchte, dass diese konservative deutsche Position überwunden wird in Berlin, dann kann man, glaube ich, auch noch zwei Dinge tun. Man kann einerseits versichern, dass Gelder nicht beim Regime landen, auch wenn sie in Kamischli ankämen. Also das ist, glaube ich, tatsächlich wichtig. Und dafür braucht es Transparenz. Transparenz ist ein ganz wichtiges Gut, um Vertrauen zu schaffen im Ausland. Und das ist bisher zu intransparent, wo Gelder hinkommen, wo das Geld herkommt. Und das ist eine vertrauensbildende Maßnahme, glaube ich. Und dann das, was ich schon erwähnt habe, also der Versuch, das Projekt eben nicht als ein Projekt einer Partei darzustellen oder eben anzuerkennen, dass es noch zu sehr als solches wahrgenommen wird. Nicht, weil die PKK eine Terrororganisation ist. Ich bin da voll auf eurer Linie, dass man das abgeschafft gehört. Aber weil zum jetzigen Zeitpunkt die Realität so ist und deswegen klüger ist, wenn man nicht so viele Öcalan-Fotos aufhängt überall, auch wenn das der geistige Gründervater. Und das ist ein Philosoph, der die Idee hat. Das ist eine tolle Idee, die umgesetzt wird. Aber man kann sich pragmatischer verhalten und es sozusagen europäischen Delegationen einfacher machen, wenn sie dorthin kommen. Also strategischer denken und pragmatischer denken und dann den Deutschen erklären, warum es in ihrem Interesse ist, den Nordosten Syriens zu stabilisieren, als einziger Teil Syriens, weil überall sonst kann ich gar nichts machen. Ich kann im Nordosten stabilisieren, das ist ein Drittel des Staatsgebietes. Das könnte ich langfristig unabhängig machen von humanitärer Hilfe. Das wäre sehr im deutschen Interesse. Ich verhindere, dass Menschen weiter flüchten. Auf der Route über Belarus waren sehr viele syrische Kurden, die zum Teil noch im Wald sitzen im Übrigen. Auch eine beschämende Tatsache bis heute. Und ich verhindere, dass eben ein IS 2.0 entsteht und diese Terroristen dann uns auch erst wieder interessieren, wenn sie in Europa Anschläge begehen oder wenn sie als radikalisierte Jugendliche mit deutschen Pässen zurückreisen. Über diese beiden Themen muss ich der Bundesregierung erklären, warum es in ihrem Interesse ist, in Nordostsyrien sich zu engagieren. Mindestens über NGOs, mindestens über die Zivilgesellschaft und möglichst auch vielleicht nach weiterer Entwicklung, auch mit der Autonomieverwaltung direkt. Danke dir dann, Anita. Ich glaube, das geht nicht, das Mikro. Ich würde dir jetzt sozusagen das Schlusswort auch gleich noch übergeben. Aber du kannst natürlich gerne noch mal inhaltlich was sagen. Und dann bitte. Ja, ja, das kannst du vielleicht noch machen. Aber erst mal kurz den Abschluss. Mach es vielleicht auch gar nicht so lang oder würde einfach gerne den Punkt noch mal aufgreifen, den du gerade in deiner Frage auch formuliert hast. In der Frage des Zusammenbringens, nämlich das Leid, was unter IS, das ja wirklich einen Großteil der Bevölkerung Syriens betrifft. Und wir haben jetzt immer auch auf der Konferenz, und das müssen wir auch tun, über die Täter geredet, weil das Problem einfach existent ist und da ist und auch komplex und es einen sofortigen Umgang damit gibt. Aber wir sind an einem Punkt, wo wir uns wirklich die Frage stellen müssen und das tun unsere Partnerorganisation, Right Defensive Initiative und so weiter. Selbst wenn wir noch in keiner Postkonfliktsituation sind, aber es bedarf einer Anerkennung der Opfer und einer Aufarbeitung der Verbrechen, die dort stattgefunden sind. Ich glaube, dass nur über einen Prozess, der auch nicht von heute auf morgen passiert und der in Teilen schon stattfindet, auch Medico unterstützt zusammen mit der Organisation von EGIT, die Gründung von Opferplattformen, wo einfach ein Dialog stattfindet über das, was die Leute erlebt haben an Gewalttaten, was ihnen weggenommen wurde und wo versucht wird, gemeinsam zu formulieren, wie Gerechtigkeit, wie es vielleicht auch zu einem Auslöhnungsprozess kommen kann. Jede Person, die man in der Region trifft, hat eine Geschichte mit IS oder mit dem türkischen Verbrechen. Jeder kennt jemanden, der von IS ermordet wurde, der nachträglich in eine Mine gegriffen hat, die IS in den ganzen Dörfern gelegt haben. Das ist einfach ein, genau, wir benutzen das Wort in so Kontexten eigentlich nicht so gerne, aber es ist ein gesellschaftliches Trauma, was einfach noch extrem präsent ist, was auch in den nächsten zehn Jahren noch extrem präsent sein wird. Aber ich glaube, dass das ein Punkt ist, wo man zumindest in der Region selber jenseits der ganzen großen Fragen auch von Sicherheit und so weiter jetzt schon ganz viel anstoßen könnte, was auch sozusagen jenseits der Frage, geht es jetzt hier um Kurden oder nicht, sondern alle ethnischen Minderheiten wurden vom IS verfolgt, genauso die arabische Bevölkerung, die auch unter dem IS gelitten hat, dass das vielleicht wirklich nochmal ein Punkt sein könnte, in dem man gezielter sich diese Frage des Zusammenwachsens oder so stellen kann. Das ist jetzt nur aus der Perspektive, genau. Super, wir hatten für eine knappe Stunde geplant und jetzt haben wir noch so ein Zehn-Minuten-Viertel-Stunde, um vielleicht nochmal euch die Möglichkeit zu geben, abschließende Worte zu richten oder Fragen zu stellen. Ich habe nur die Bitte, dass ihr euch möglichst kurz fasst. Es sind jetzt eins, zwei, drei, vier Meldungen, genau. Wir würden erst mal sammeln. Ja, ich mache es ganz kurz. Ich habe eigentlich nur einen ganz konkreten Vorschlag zu dem, was Christine gesagt hat, zu Transparenz und Vertrauen schaffen. Also für uns als NGOs und Organisationen, die solidarisch sind mit der Selbstverwaltung und dort auch uns engagieren, für uns ist ein ganz großes Problem Geldtransfer. Es gibt keine Bank in Nordsyrien und von daher müssen wir irgendwie immer versuchen, mit Kurieren oder sonst wie versuchen, unsere Projektgelder da unterzubringen. Und ich verstehe nicht, das ist eine Frage an Ilham auch, warum es nicht möglich ist, in Nordsyrien eine Bank zu etablieren, sodass man auch den Geldfluss aus dem Ausland sozusagen auch transparent gestalten kann. Also für uns wäre das eine riesengroße Erleichterung und es wäre auch eine Möglichkeit, eben Transparenz zu schaffen, dass man weiß, wo gehen denn die Gelder hin, von wem nach wo. Und ich glaube, so etwas müssten wir irgendwie auch in den Verhandlungen mit der Bundesregierung, also eben alle, die die Möglichkeit haben, mit dem BMZ zu sprechen oder dem Auswärtigen Amt, dass wir da auch nach Lösungen finden, wie man sowas auch lösen kann. Und natürlich die Forderungen an Anita auch und Christine, die ja auch im Kontakt sind mit den entsprechenden Behörden, einfach da wirklich alles Mögliche zu tun, dass auch so kleine Organisationen wie unsere Städtepartnerschaft die Möglichkeit haben, an Fördergelder zu kommen. Weil wir können keine Delegationen mehr machen, wenn wir keine Fördergelder dafür kriegen, weil wir alle ehrenamtlich arbeiten und alles über Spenden finanzieren. Und unsere Spenden gehen im Moment zu 100 Prozent in die mobile Klinik im Umland von Derik. Das ist die einzige Gesundheitsversorgung, die es für Frauen und Kinder gibt. Aber danke, wichtige Frage, kenne ich auch sehr gut aus unserer täglichen Arbeit. Dann war da hinten noch der Herr mit den langen Haaren, dann Erdogan und dann noch hier vorne der Herr mit der Maske. Christine, ich möchte gerne auf deine Idee zurückkommen, dass Erdogan gerade seine Freunde verraten hat und die Kurden sollten ausgerechnet mit diesen Freunden die Macht teilen. Es ist für mich wie ein Déjà-vu. Es ist ein fataler Fehler, so einen Vorschlag zu machen. Ich erinnere an zwei tragische Erfahrungen, die die Kurden in der Geschichte gemacht haben. Während der Gründung der Türkei hieß es seitens der Türken, wir bauen zusammen ein Land und wir werden beide frei in diesem Land leben. Aber sobald, wie die Perser sagen, wenn der Esel über die Brücke war, gab es die Kurden offiziell gar nicht. Und weil es sie offiziell nicht gab, konnte es auch keine Forderung geben. Das zweite Beispiel ist die islamische Revolution im Iran. Khomeini hat in Paris im Exil dem Dr. Gassemlu damals zugestimmt, im Iran nach der Revolution eine kurdische Selbstverwaltung zu erlauben. Er hat es offiziell zugestimmt. Aber sobald die Revolution über die Wunde war, waren Kurden plötzlich die Bösen und er hat ein Fatwa gegeben, man sollte Kurdistan wörtlich säubern. Das ist für mich das gleiche Dilemma. Jetzt sollten die Kurden, die Macht, für die sie so einen großen Preis bezahlt haben, mit denen teilen, die gerade Freunde Erdogan sind. Das ist für mich ein Paradox, das ich nicht verstehen kann. Meine Frage richtet sich an Ilham Ahmed. Der MSD, der Demokratisch-Syrische Rat, führt ja die Gespräche mit dem syrischen Regime über eine gewünschte mögliche politische Lösung und Anerkennung der bestehenden Selbstverwaltung. Da gibt es ja keine Lösung bisher. Aber der MSD bemüht sich, soweit ich es verfolgen konnte in den letzten Jahren, auch Bündnisse über Nordostsyrien hinauszuschaffen mit anderen syrischen Kräften, Bevölkerungsgruppen, mit den in Sueda-Drusen oder anderen demokratisch orientierten Gruppen etc., Menschen, Parteien. Wie sieht es da aus? Gab es in letzter Zeit, in den letzten ein, zwei, drei Jahren, eine positive Entwicklung? Das wäre ja die Option, die beste Option für Syrien eigentlich. Dass aus ganz Syrien eine Unterstützung für Nordostsyrien oder für die grundlegende Idee kommt, um ein neues Land, eine neue Verfassung zu schaffen. Ja, ich habe auch eine kurze Frage. Und zwar wollte ich das aufgreifen, sozusagen den Appell von Christian Hellberg, strategisch klug zu handeln. Mich würde, glaube ich, interessieren, was ihr für Ansatzpunkte in Bezug auf die Bundesregierung seht. Weil Außenpolitik erscheint ja oft sehr helmetisch geschlossen, aber das ist ja kein helmetischer Block. Mich würde interessieren, wo ihr sozusagen Möglichkeiten seht. Also ich weiß zum Beispiel nicht, wie ist die Perspektive der FDP auf die Entwicklungszusammenarbeit. Also wo kann man ansetzen, wo kann man vielleicht auch Konflikte innerhalb der Bundesregierung oder der Ampelkoalition oder auch auf europäischer Ebene quasi gut nutzen, um sozusagen die Interessen, die Deutschland eigentlich haben sollte, in der Region zu verdeutlichen und da vielleicht auch was in Bewegung zu bringen, was vielleicht sehr helmetisch scheint. Es gab noch eine Handhebung und dann würde ich, glaube ich, auch beenden. Genau, es ist nicht direkt eine Frage, sondern eher so ein Gedanke, der mich gerade sehr beschäftigt, dass ich mich frage, wenn wir doch eigentlich die Revolution in Rojava auch immer als Frauenrevolution bezeichnen und auch das Grundprinzip verstehen, dass jede gesellschaftliche Befreiung an erster Stelle die Befreiung der Frauen braucht und das wirklich auch so ein Querschnittsthema sein sollte, warum das auf dieser Tagung uns nicht gelungen ist. Also dass es so wenig präsent war und genau, also dass so eine feministische Perspektive hier einfach sehr, ja, sehr, ja, eigentlich kaum vorkam und dass es ja nicht ein Sonderthema sein kann, was dann ein anderes Mal behandelt wird und mich beschäftigt das einfach gerade sehr, wie das passieren konnte, dass es so ist irgendwie. Okay, die würde ich dann vielleicht nochmal an Anita zurückspielen. Wollen wir damit gleich einsteigen und dann würde ich die anderen Fragen an Christine und Ilham weitergeben. Genau, ich hatte eigentlich das Gefühl, dass eben, weil es ein Querschnittsthema ist und wir das ja gerade am Anfang oder im ersten Drittel der Konferenz immer wieder betont haben, was die Prinzipien sind und auch die Herausforderungen in diesen feministischen Errungenschaften, die es ja durchaus gelungen sind, in der Region umzusetzen, dass wir es eben als Querschnittsthema mitnehmen durch die ganze Konferenz. Das ist sicherlich an der einen oder anderen Stelle zu kurz gekommen und man hätte sich an einem einzelnen Panel nochmal expliziter damit auseinandersetzen können. Dila Dieric hat das ja am Anfang so ein bisschen gemacht, sie hat ja auch ihr Buch genau zu dieser Frage geschrieben, deswegen haben wir sie auch eingeladen und ich hätte eher die Hoffnung, dass sozusagen sich genau diese Frage der Gleichberechtigung, der Frauenfrage, der feministischen Theorie auch, Rita Segato, die ist ja eine der relevantesten feministischen Theoretikerin, zeitgenössischen, die hat das ja auch nochmal aufgegriffen und gesagt, wie zentral auch dieser feministische Punkt ist, dass wir den sozusagen durch die ganze Konferenz so ein bisschen mitgenommen haben, aber sicherlich hätte man den an der einen oder anderen Stelle nochmal stärker machen können, da gebe ich recht, aber genau, ich denke schon, dass wir das merken wir auch in unserer alltäglichen Arbeit da auf jeden Fall, das erleben wir ja, wenn wir vor Ort sind bei unseren Projektpartnern, also es ist nichts, was wir hinten rüberfallen lassen wollen oder so, genau. Dann würde ich gleich mal mit dir, Christine, weitermachen, weil ich dann ganz gerne, glaube ich, auch mit Ilham enden würde, das finde ich einen schönen Schluss. Es gab ja zwei Fragen an dich, einmal hier die konkrete Frage der auswärtigen Politik und welche Möglichkeiten des Einflusses man hätte und dann nochmal die Anmerkung von hinten, Machtteilung mit den Freunden, das war doch schon immer Verrat. Genau. Die Geschichte der Kurden ist eine Geschichte des Verrats, ist mir total bewusst, gibt es noch viele andere Beispiele und ich würde dem total zustimmen, wenn ich jetzt fordern würde, dass man doch jetzt Bashar al-Assad vertrauen müsste, wenn er sagt, wir machen hier was zusammen, weil klar ist, dass er nicht bereit ist, diese Macht zu teilen, weil er sie ja auch immer noch hat. Es geht ja nicht darum, jetzt mit Leuten zu verhandeln über eine gemeinsame Regierung, die aus einer Position der Stärke heraus sowieso schon dieses Land regieren, wie das dann im Iran gekommen ist zum Beispiel, sondern es geht darum, Leuten, die eigentlich auch vor demselben Regime mal, die sich gegen dieses gleiche Regime auch mal aufgelehnt haben, unter dem auch die Kurden seit Jahrzehnten leiden, zu Verbündeten zu machen, wieder, was man ganz am Anfang 2011 auch mal der Fall war. Ich verstehe das, aber wir haben jetzt glaube ich nicht den Raum so hin und her zu diskutieren. Ja genau, wir können das ja auch gleich nochmal vertiefen, aber es geht jetzt nicht darum, dass man sozusagen einer Person, die dann die Macht übernimmt in einem Land, das ist klar, die kommt zurück. Ich sage jetzt nicht, der Etelave übernimmt morgen die Macht in Damaskus und jetzt sollen die Kurden noch mit ihm Macht teilen, sondern es geht jetzt darum, Schritt für Schritt was zu bauen, was die Kurden angefangen haben zu bauen. Das heißt, sie integrieren etwas oder sie sprechen die anderen Teile der Gesellschaft noch deutlicher an und laden sie ein, mitzumachen aus einer Position der Stärke in Nordostsyrien zum jetzigen Zeitpunkt. Und das ist eine andere Machtverteilung, vor allem angesichts der Tatsache, dass diese Menschen sich gerade auch verraten fühlen, wieder von einem vermeintlichen Unterstützer. Das wäre sozusagen die Idee, weil ich glaube, wenn die Kurden sagen, in Syrien, dass es, wir sind immer verraten, weil wir wollen hier ein kurdisches Projekt machen, dann müssen sie auch die autonome Verwaltung Nordostsyrien wieder umbenennen und sich auf ihr Kerngebiet konzentrieren und das anders machen. Wenn der Anspruch ist, hier ein Projekt zu machen, was über die kurdische Frage eben hinausgeht, weil es um Koexistenz geht und um Gleichberechtigung, dann muss man alle mit einbeziehen. Und das ist ein günstiger Moment, strategisch betrachtet für mich, diese Teile der syrischen Opposition abzuholen, insbesondere den kurdischen Nationalrat, und wieder mit einzubeziehen. Das ist sozusagen die große Herausforderung, da über den eigenen Schatten zu springen und das womöglich zu sehen. Dann war die zweite Frage hier vorne. Ich glaube auch, das ist ein günstiger Moment. Im BMZ und in der GEZ und im Außenministerium wird gerade viel über die Zeitenwende gesprochen. Die deutsche Entwicklungszusammenarbeit wird strategisch neu gedacht. Es finden alle möglichen internen Treffen und Strategietreffen dazu statt. Sie soll politischer werden, das ist auch eine Chance. Wir reden von wertebasierter feministischer Außenpolitik. Das dauert alles. Das geht nicht von heute auf morgen. Aber das Bestreben ist da. Es sind Menschen da in diesen Ministerien, die das vorantreiben wollen. Und deswegen sehe ich da durchaus die Chance, für Nordostsyrien auch genau das mit zu bedenken. Also ich bekomme das zum Teil mit und ich denke, es ist ein gutes Beispiel, zu zeigen, wie eine politischere Entwicklungszusammenarbeit eben genau solche Entwicklungen auch mitdenken muss in Nordostsyrien. Und dass es nicht sein kann, dass man den einen Teil dieses Gebietes eben ausschließt von Entwicklungshilfe, während man den anderen unterstützt. Ich habe die Hoffnung, dass sich so etwas ändert innerhalb der nächsten Monate, weil ein Umdenkungsprozess oder eine gewisse Offenheit überhaupt da ist, das auch mal politisch zu überprüfen, was Deutschland macht an EZ in der MENA-Region. Ilham, dann gab es noch zwei Fragen an dich. Eine sehr praktische Frage, nämlich die Frage des Geldtransfers. Das ist ja eine Frage, die alle Menschen, die nach Syrien Hilfsgelder schaffen wollen, massivst umtreibt. Es hat nichts zuerst mit den Sanktionen zu tun, um das nochmal ganz kurz zu verorten. Also es gibt das Problem der Overcompliance. Und das heißt de facto, Gelder nach Syrien rein zu transferieren für internationale Banken bedeutet, dass sie sich dem Risiko aussetzen, vom US-Dollar-Verkehr komplett sanktioniert zu werden. Und das macht einfach keine Bank gerne. Und das ist vielleicht nochmal ganz kurz als grober Kontext. Und dann haben wir das war eine Frage. Und die zweite Frage war noch die mit den Gesprächen mit dem syrischen Regime. Vielen Dank. Was die Banken betrifft, Wir haben ein Riesenproblem. Wenn eine Bank in Syrien eröffnet werden soll, dann benötigt sie eine Erlaubnis. Oh. Alle Banken, wenn sie in Syrien eröffnet werden sollen, die brauchen eine Genehmigung aus Damaskus, aus zentraler Regierung. Es gibt Sanktionen einerseits, andererseits Syrien genehmigt es nicht, dass Banken eröffnet werden in Nord-Syrien. Die Sanktionen betreffen Nord-Syrien nicht. Deswegen sprechen wir viele Seiten an, damit ein Online-Banking möglich ist in Nord-Syrien. Und wir hoffen, wir haben die Hoffnung, dass die Frage gelöst werden kann in kürzer Zukunft. Was die Verhandlungen mit demokratischen Kräften betrifft, was wir politische Parteien, Russen, Aleviten, andere Gruppen, wir sprechen miteinander und wir planen, eine gesamtsyrische Konferenz zu organisieren, ein kleines Treffen für die Vorbereitungen in europäischem Parlament. Vielleicht organisieren wir ein Treffen, damit wir diese Konferenz besprechen. In Schweden fanden auch einige unserer Treffen. Das waren alle Gespräche mit unterschiedlichen Gruppen, mit einer optionellen Gruppen, was wir für eine Zukunft Syriens uns vorstellen und dazu besprechen. Was die Frauen betrifft, meiner Meinung nach, wir brauchen eine separate Konferenz. Rojava-Revolution ist eine Frauen-Revolution. Es ist sehr unterschiedlich. In allen Gebieten sind die Frauen vertreten, wirtschaftliche Ebene, militärische Ebene, gesamtgesellschaftliche Ebene, politische Ebene und alle diese Ebenen müssen diskutiert werden. und sie stehen zur Debatte. In allen Entscheidungsgremien sind Frauen mindestens 50% beteiligt. Das verhindert Krieg, aber insgesamt ändert das Leben. Nur auf unserer Erde, nur in Nordrhein-Syrien ist so etwas entstanden. Das ist ein neuer Schritt in der Geschichte der Menschheit und der Frauen. Deswegen, separate Konferenzen würden mehr Sinn machen, wenn man diesbezüglich sich mit der Rolle der Frauen und der Frauen-Revolution beschäftigt, das würde auch zu besseren Entscheidungen und Ergebnissen führen. Was die Gespräche mit dem Regime betrifft, wenn wir uns mit Aleviten, Rusen und Oppositionellen einigen können, das könnte Druck aufbauen auf dem Regime. Wir treffen unterschiedliche oppositionelle Akteure, damit wir Druck auf dem Regime aufüben, aber es gibt momentan kein Zeichen und Hoffnung darauf, dass irgendwelche Schritte in die Richtung aus Damaskus gemacht werden. Haben wir nicht. Wir versuchen, wir wollen am Anfang alle proportionelle treffen und eine gemeinsame Sicht auf die Lösung entwickeln und so mit dem Regime in Scham verhandeln. Das würde mehr Sinn machen. Wir haben eine Konferenz schon geplant, würde ich sagen. Ihr wisst, was ihr zu tun habt. Leute im Publikum, die sich jetzt angesprochen fühlen, das mitorganisieren zu wollen, haben jetzt schon Ideen bekommen. Ich würde jetzt, du willst wahrscheinlich noch ein Dankeswort oder ein Schlusswort, das würde ich auch dir überlassen, weil ich ja auch nur Gästin bin. Genau, ich gebe ab. Ja, aber genau dafür möchte ich mich zuerst bedanken bei euch dreien für dieses tolle Abschlusspanel. Ich möchte mich besonders noch mal bedanken, Christine, du hast es ja schon richtig gesagt, am Anfang bei unseren Gästen aus Nordostsyrien, Dr. Nazira Goreya, Dr. Abdulkarim Omar und Ilham Ahmed, die wirklich mit tollen Beiträgen die Konferenz bereichert haben. Es ist uns wirklich eine Ehre, dass Sie daran teilgenommen haben, sich der Diskussion gestellt haben und ich hoffe, das war nicht das letzte Mal, dass wir Sie hier begrüßen würden. Vielen Dank sonst auch an alle anderen Referenten, die sich die Zeit genommen haben, sich auf diese Konferenz vorzubereiten. Es waren wirklich anspruchsvolle und ich denke auch sehr wichtige Diskussionen, die wir weiterführen werden und müssen. Wir haben zehn Jahre zurückgeblickt, es war aber auch ein wichtiger Schritt, innezuhalten und zu schauen, was die Perspektiven sind und was die nächsten zehn oder 20 Jahre für Aufgaben uns bevorstehen, damit wir auch in den zehn Jahren wieder zu so einer Konferenz einladen können, wo wir dann hoffentlich an einem anderen Punkt stehen. Ich möchte mich dafür ganz herzlich bei allen Referierenden und auch bei allen Teilnehmerinnen bedanken, die sich so rege an der Diskussion beteiligt haben. Und mein besonderer Dank gilt nochmal der Rosa-Luxemburg-Stiftung in Person Erdern-Albuga, mit dem ich auch viel im Vorfeld diskutiert habe über die Zusammensetzung der Panel, über die Leute, die wir einladen. Genauso das kurdische Öffentlichkeitszentrum Sivaka Asad, die uns vor allen Dingen dabei unterstützt haben, genauso wie das Büro der Vertretung in Berlin, Khaled Devrish, der leider aus Krankheitsgründen nicht da sein kann, aber Lukas dort auch arbeitet, die uns beide sehr, sowohl in der innerlichen Konzeption, aber auch in den ganz praktischen Fragen, nämlich Einran, Anreise der Gäste aus Nordost-Syrien unterstützt haben. Vielen Dank auch dafür. Ich sage doch noch kurz was. Ein ganz herzliches Dank zuletzt gilt an das tolle Übersetzungsteam. Alle mal nach hinten winken und klatschen. Ohne euch wäre dieser Austausch so nicht möglich gewesen. Vielen Dank. Danke an Medikor. Ich wollte nur, ja, genau das wollte ich noch sagen. Also ich bin zwar von Medikor, aber ich habe diese Sache hier nicht gemacht, sondern vielen Dank, Anita. Also Anita Starosta ist eigentlich der Geist dahinter. Vielen Dank, Anita. Es waren enorme zwei Tage. Ich war es teilweise schwer träglich zu hören, was hier stattgefunden hat, was erzählt worden ist. Ich fand das wirklich, aber auch tatsächlich ermutigend. Da würde ich Christine jetzt recht geben. Es war auch ermutigend. Ich glaube, wir müssen nicht warten, zehn Jahre bis zur nächsten Konferenz. Wir haben hier einige Aufgaben zu tun. Ich glaube, wir als Medikor mit unseren Partnern und Netzwerken werden auch tatsächlich uns genau anschauen, was wir hier alles gehört haben und wie wir hier mit Partnern, mit Netzwerken eigentlich da arbeiten. Auch mit unseren Gästen bleiben wir in Kontakt. Wir wollen, wir halten das für enorm wichtig, dass man hier auch weiterhin extrem aktiv bleibt. Ich möchte mich noch mal bedanken für andere Leute, ohne die diese fantastische Konferenz nicht hätte stattfinden können. Andrea Schulz da hinten. Vielen Dank, Andrea. Und noch mal die Hanna Hefter, Lukas Spelkus, Nathanael Reuschel, Sida Özturk und Lukas Schmidt. Vielen, vielen Dank. Und vielen Dank euch allen. Und wir freuen uns natürlich auf die weitere Zusammenarbeit mit vielen von euch und auf eine aufmerksame Öffentlichkeit. Vielen Dank. Danke, Anita, noch mal. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank.